Sabine ist übers Land gefegt. Der Sturm warf Bäume um, es gab verbeulte Autos und verletzte Menschen. Das sind Schäden, ist aber keine Katastrophe. Und seit ein paar Wochen ist das Coronavirus in der Welt. Sehr gravierend in China, aber doch sehr überschaubar bei uns. Dennoch wird jetzt vor einer Pandemie gewarnt. Worte haben Folgen. Wie über die Dinge gesprochen wird, bestimmt das gesellschaftliche Klima und das kann Folgen haben für jeden Einzelnen von uns. Das Evangelium empfiehlt Nüchternheit. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Sagen, was ist, natürlich. Fakten interpretieren, weil sie sonst bedeutungslos bleiben, auch das. Aber nicht überall Skandale herbeireden, wo Menschen Fehler machen. Nicht ständig Katastrophen beschwören, wo es Probleme gibt. Ein klares Ja, ein klares Nein. Nicht mehr, nicht weniger.